Also, herzliches Hallo von uns, vom Orga-Team zum vorletzten Boxenstopp, bis wir uns in knappen zwei Monaten alle entweder online, hoffentlich aber gerne in Hamburg oder bei den Barcamps der CLC wiedersehen. Und unser vorletzter Boxenstopp, der Mein Ziel 22 Lernreise. Heute ist ein bisschen Interaktion gefragt und wir leiten euch gleich auf unserem Real Report weiter. In ein paar Sekündchen gibt es da einen wunderbaren Link. Sorry, da unterbreche ich dich gerade, weil den Link gibt es noch nicht. Den liefern wir gleich nach. Du hast schon an mich übergeleitet, oder? Habe ich das richtig gesagt? Ja, genau. Habe ich dir gerade rechtzeitig ins Wort gefallen? Danke. Genau, wie Henning gesagt hat, wir möchten das heute ein bisschen anders machen als in den letzten Boxenstops. Wir möchten euch direkt in die Diskussion miteinander bringen. Und da haben wir was Kleines vorbereitet. Und den Link zu dem Real Report, den schicken wir euch später. Weil jetzt bitte ich euch noch kurz, eure volle Aufmerksamkeit auf den geteilten Bildschirm zu lenken, weil die Erfahrung zeigt, dass sonst eben schon alle sich parallel einloggen und dann die Hälfte nicht mitkriegen. Von daher lehnt euch noch zurück und gleich bekommt ihr den Link. Dann kommt ihr nämlich genau dorthin, was ihr dort seht. Und dann wird euch der Karl-Heinz in verschiedene Breakout-Sessions schicken. Da sind dann irgendwie so fünf bis sieben Leute pro Breakout-Session. Und dann habt ihr sehr viel Zeit, nämlich eine halbe Stunde, um euch gegenseitig auszutauschen, wie es bei MeinZiel 22 so läuft, was für Herausforderungen ihr habt, ob ihr Ideen habt, wie ihr euch noch weiter vernetzen könnt. Oder auch, dass ihr euch darüber austauschen könnt, wie ihr eure Ziele teilen könnt. Weil das ist auch ein Punkt, der uns sehr wichtig ist. Wir wissen, dass enorm viele Leute in diesem Projekt mitmachen und ihre Lernziele verfolgen. Aber es gibt auch schon viel Aktivität auf LinkedIn. Da wird einiges geteilt. Aber wir glauben, es könnte noch mehr davon geben. Also noch mehr Ziele oder Zwischenstände, die irgendwo geteilt werden, dass wir auch voneinander lernen können. Und so sehen, wo die jeweiligen Leute sind und wo es vielleicht Anknüpfungspunkte gibt. Vielleicht könnt ihr das ja auch direkt in eure Diskussion mit aufnehmen. Da gibt es dann sicher Leute in euren Breakout-Sessions, die da Erfahrungen gemacht haben. Oder die ja generell Erfahrungen damit haben. Ja, wie man das teilen kann und wie man da vorgeht. Genau, Henning, vielleicht kannst du noch kurz runterscrollen. Genau. Wie funktioniert so eine Breakout-Session oder wie könnt ihr dafür sorgen, dass die erfolgreich wird? Dass ihr so viel wie möglich für euch selber und für das Projekt mit rausnehmen könnt. Die Empfehlung ist, sofern ihr euch nicht kennt, dass ihr euch am Anfang natürlich kurz kennenlernt. Das ist ja eine Netzwerkveranstaltung auch. Da ist dann sicher spannend, wer alles im Raum ist, weil das viele spannende Personen mit spannenden Projekten und spannenden Hintergründen sind. Habt die Zeit ein bisschen im Blick, dass ihr die 30 Minuten, die ihr habt, auch wirklich gut nutzen könnt. Dass alle mal zu Wort kommen, dass alle ihre Punkte und Fragen anbringen können, die sie haben. Da könnt ihr gerne einen Timekeeper benennen. Seid offen und kommunikativ. Sagten wir ja schon, die Breakout-Session funktioniert nur so gut, wie ihr euch eben einbringt. Und so viel nehmt ihr dann eben auch mit. Das ist ja klar. Ja, und da leider nicht alle Breakout-Sessions mitbekommen können, sondern nur die, ich höre gerade relativ laute Störgeräusche im Hintergrund. Vielleicht. Ich mute mal. Genau. Danke. Haltet dann bitte eure Ergebnisse der Diskussion im Raum fest. Da haben wir das für euch vorbereitet. Genau. Ja, wenn ihr in die Breakout-Session kommt, dann steht ja bei Microsoft Teams, in welchem Raum ihr seid. Also Raum 1, 2, 3 und so weiter. Und dann guckt bitte auf dem Miro-Board genau, wo das eben auch steht. Da ist der Raum 1 und der Raum 2 und der Raum 3 und scrollt dann auf dem Miro-Board dorthin. Und dort könnt ihr dann gerne Sticky Notes, so Post-its hinterlassen, dass wir im Nachgang auch sehen, worüber ihr gesprochen habt, welche Punkte euch wichtig waren, was ihr spannend fandet. Und da seht ihr auch schon mögliche Leitfragen, die wir euch mitgebracht haben. Die sind in jedem Raum die gleichen. Die könnt ihr gerne verwenden. Das sind einfach Dinge, die wir spannend fanden. Vielleicht habt ihr aber auch andere Dinge, die ihr spannend findet. Dann sprecht gerne über diese anderen Dinge. Uns interessiert zum Beispiel, was bisher schon gut funktioniert beim Zielverfolgen von dem Projekt Mein Ziel 22. Uns interessiert natürlich auch, was euch daran hindert, euer Ziel zu verfolgen. Uns interessiert, wie ihr euch während eurer Lernreise organisiert. Ob ihr schon irgendwie schöne Erfahrungen gemacht habt, die ihr teilenswert findet. Und auch mit Ausblick auf das Barcamp, was ja auch in Bälde stattfinden wird, in hybrider Form in Hamburg, in Walldorf und virtuell. Ob ihr ein Ziel verfolgt oder bei eurer Zielverfolgung etwas erlebt habt, woraus ihr eine Barcamp-Session gestalten könntet. Das wäre natürlich auch super spannend, wenn da aus diesem Projekt das eine oder andere entstehen würde. Genau, Henning, vielleicht kannst du noch mal kurz mit deiner Maus zeigen, wo man so ein Sticky Note erstellt. Das ist da links oben. Genau. Du brauchst einfach nur, das ist das Coole bei Mural, und klickst einfach doppelt. Ah, super. Dann klickst du einmal wieder rein und dann kannst du tippen. Perfekt, das ist ja noch besser, super. Genau, also noch mal kurz zusammengefasst. Ihr werdet in Breakout-Sessions geschickt. Dann seht ihr in Microsoft Teams, welchem Raum ihr zugeteilt seid. Und dann geht ihr parallel in Mural, sucht ihr euch euren entsprechenden Raum heraus. Und dann habt ihr eine halbe Stunde Zeit, um euch zu vernetzen und euch gegenseitig kennenzulernen und die Ziele der Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen. Und nach der halben Stunde kommt ihr automatisch wieder zurück hier in den Hauptraum. Es kann natürlich sein, dass ein paar von euch aufgrund von irgendwelchen Beschränkungen von eurer Organisation keinen Zugriff auf Mural habt. Das passiert ab und an. Wir sind uns aber sicher, dass es mindestens eine Person pro Breakout-Session geben wird, die Zugriff darauf hat. Und die kann dann gerne ihren Bildschirm teilen und so ein bisschen das Tippen mit übernehmen. Da sind wir zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Ich glaube, das war alles Wichtige. Ich würde in den Chat schon mal den Link zu dem Board machen. Der müsste jetzt. Genau, da wurde auch schon nachgefragt. Der Link kommt jetzt erstmalig in den Chat. Jetzt müsstet ihr Zugriff haben und da könnt ihr euch dann einfach auf das Board schalten, ohne einen Account erstellen zu müssen. Genau, und da kommen auch schon die Ersten. Und dann sind wir, glaube ich, soweit. Karl-Heinz, vielleicht hast du in der Zwischenzeit schon die Räume angelegt. Okay, ich weise die Teilnehmer dann zu. Und dann braucht es ein bisschen, bis ihr drin seid. Genau, und so ungefähr um 13.40 Uhr oder um 13.41 Uhr, 42 Uhr kommen dann alle wieder zurück. Wir sind schon wieder da. Was war das? Da war der Karl-Heinz hat zack und alles wieder zurück. Ohne Vorwarnung, geht gar nicht. Na, dann los. Ich bin da gar nicht durchgekommen. Aber das war jetzt richtig Breakout-Hums via Teams. Das hat jetzt wirklich über Teams funktioniert so. Ja, genau. Wow. So, ich übernehme mal weiter. Ich habe das Board jetzt noch nicht ganz umfassend begutachtet und geguckt, was ihr alle geschrieben habt, weil ich auch sehr vertieft war in meiner Gruppe in die Diskussion. Mir persönlich hat der Austausch sehr gut gefallen. Wir hatten gemeinsame Nenner und haben bei uns, ich kann ja mal kurz von meiner Gruppe erzählen, was bei uns so als Kernaussage herauskam. Wir haben festgestellt, dass die Ursache, warum wir aktuell nicht bereit sind, öffentlich unsere Learnings zu teilen, dass wir einfach immer nach dem Perfektionismus streben und nach der Komplexität und das Gefühl haben, wir sind auch nicht fertig mit unserer Lernreise. Aber genau darum geht es ja eigentlich hier, dass wir eine Lernreise haben und Step-by-Step Dinge teilen wollen und uns da durch den Austausch weiterentwickeln wollen. Und ja, das wollen wir so ein bisschen angehen jetzt in den nächsten Wochen, dass wir auch grundfertige Learnings anfangen wollen zu teilen. Genau. Das ist einmal kurz aus meiner Gruppe. Die Ergebnisse, die wir jetzt auf dem Board gesammelt haben, werden wir nochmal zusammenfassen und dann für euch auch zur Verfügung stellen. Ich möchte an dieser Stelle euch nochmal darauf hinweisen, dass das hier war jetzt unser zweiter Boxenstopp und es wird noch einen dritten geben am 25. April. Und dann einen Monat später, Ende Mai, treffen wir uns dann alle zusammen beim Corporate Learning Camp. Und dazu wollen wir auch ermutigen, dass das alles, was ihr jetzt alle auf eurer Lernreise an Ideen und Erkenntnissen sammelt, dass wir das dann auch gemeinsam zur Verfügung stellen oder nochmal von einem anderen Ansatz nochmal gemeinsam erarbeiten wollen in Sessions. Also da nochmal die Ermutigung, sich damit auseinanderzusetzen, was man gegebenenfalls auf dem Corporate Learning Camp dann selber teilen kann. Genau. Das wollte ich gerne teilen. Und an dieser Stelle würde ich dann nochmal an Karl-Heinz übergeben. Du wolltest auch noch ein paar Impulse zum Thema Wissen teilen in die Gruppe geben. Danke, Svenja. Ja, und ich freue mich, dass der Werner Sauter heute hier ist. Der Werner hat ein ganz besonderes Angebot für eine begleitete Kompetenzentwicklung. Werner, vielleicht kannst du ein bisschen darstellen. Ich glaube, da können noch Leute einsteigen. Die Ersten machen es ja schon mit dir. Ja, gut. Wir haben ein Konzept, mit dem wir es möglich machen, Werte- und Kompetenzentwicklung gezielt durchzuführen. Hintergrund ist einfach die Überlegung, wenn ich denn Lernprozesse gestalten möchte, brauche ich auch die Möglichkeit zu erfassen, wie sich die Werte und Kompetenzen denn tatsächlich entwickelt haben. Und wir bieten jetzt einfach an, oder das war unsere Idee, denjenigen von euch, die Lust haben, die Möglichkeit zu bieten, mal für sich selbst eine Werte- und Kompetenzerfassung durchzuführen. Natürlich völlig vertraulich. Das erfordert jeweils etwa 15 Minuten Zeit, um diese Werte und Kompetenzen zu erfassen. Ich biete dann gerne auch an, dass wir dann gemeinsam dazu ein Gespräch führen, um die Ergebnisse zu analysieren und zu bewerten, um daraus dann auch abzuleiten, welche konkreten Entwicklungsschritte könnten denn durchgeführt werden. Und das ist jetzt quasi einfach mal die Möglichkeit im Selbstversuch, solch ein System ohne jede Verbindlichkeit und vertraulich auszuprobieren. Und wer Lust hat, sollte sich einfach bitte bei mir melden, dann richte ich das ein und dann können wir auch gerne einen Termin vereinbaren für dieses Gespräch. Wunderbar, denn wir machen ja bei Mein Ziel 22 etwas in Richtung Kompetenzentwicklung und hier passt es ganz gut zu, mal einen ganz anderen Weg dahin zu gehen. So, und dann würde ich ganz gerne noch ergänzen, wir haben 259 Leute, die Sie in der Zwischenzeit angemeldet haben bei Mein Ziel 22. Aber ich lese und höre sehr wenig von irgendwelchen Zwischenergebnissen. Ihr wisst, das Teilen von Wissen muss nicht nur am Ende passieren, sondern es ist viel interessanter zu sehen, auf welchem Weg denn andere sind, als hinterher irgendwie so ein fertiges Ergebnis zu sehen. Das regt viel mehr an, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen und es regt auch an, Kommentare dazu zu geben. Das heißt, ihr vergebt euch die Chance, wenn ihr euer Wissen nicht teilt, dass andere euch Tipps geben, wie man weitergehen könnte. Das ist das eine. Und das zweite ist, dieses öffentliche Schreiben, dieses kann auch öffentliches Podcasten sein, ist meiner Ansicht nach immer so ein Lernbooster. Also jemand, der was öffentlich schreibt, denkt länger darüber nach, als wenn er es sich nur selber als Notiz irgendwo hinschreibt. Und dieses länger darüber nachdenken ist Lernzeit. Also ihr verlängert eure Lernzeit und das ist dieser Booster-Effekt. Also ich will euch nur noch mal anregen, wirklich teilt euer Wissen auch Zwischenergebnisse. Und jetzt ist die Frage, wo? Ja, natürlich auf den sozialen Medien kann man es teilen, aber diejenigen, die einen eigenen Blog haben, tun sich noch sehr viel leichter, praktisch ihre Notizen auf dem eigenen Blog zu machen, sodass sie damit sagen können, was sie veröffentlichen wollen und wann sie es veröffentlichen wollen und wem sie es zeigen wollen. Da kann man wieder alle sozialen Medien nutzen. Übrigens auch unsere Communities auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook. Ihr wisst, ihr findet uns überall. Auch auf Twitter kann man darauf hinweisen, sodass man auf dem eigenen Blog, der vielleicht nicht so viel Reichweite hat, schreibt, aber die Reichweite über die sozialen Medien kriegt. Und wer jetzt merkt, es wäre ganz schön, so einen Blog zu haben, ihr wisst, es gab in der Corporate Learning Community vor nicht allzu langer Zeit ein schönes Projekt. Da haben Community-Mitglieder mal eine Anleitung geschrieben, was muss ich eigentlich alles tun, um eine eigene Domain im Internet zu haben, auf der ich was ablegen kann. Die Anleitung steht alle, das ist bei uns auf kolon.de. Guckt mal unter CRCDOO, also Domain of One's Own, ist so die Grundidee, die dahinter steckt. Ja, das wollte ich einfach nur noch mal einfügen und ich freue mich auf ganz viel geteiltes Wissen von euch. Sorry, im Chat kamen gerade noch zwei Fragen. Die eine, auf welche Weise man Werner erreichen kann. Also Werner findet man im Internet überall. Ja, also LinkedIn findet er ihn, Xing findet er ihn. Ich glaube, das ist gar kein Problem, wenn man Kontakt zu ihm haben will, den findet man immer. Auch auf der Corporate Learning Seite, er gehört ja mit zu dem Kern-Team, da findet man auch eine Adresse, wie man ihn erreichen kann. Genau, und dann kam nur noch kurz der Hinweis von Christian, dass die Zwischenergebnisse auch aufliegend in den Kommentaren veröffentlicht werden können. Genau, aber Svenja, dann gebe ich wieder zu dir, sorry. Ja, Karl-Heinz hat gerade auch schon ein bisschen den Schluss angeleitet. Im Prinzip war es das für heute von diesem Boxenstopp von uns. Und ja, wir sind, wir freuen uns von euren Zwischenergebnissen zu hören, auf welcher Weise auch immer das geschehen mag. In Kommentaren oder in dem Blog ist natürlich wieder noch ein neues Ziel. Ich kann das nachvollziehen, dass man manchmal ganz viele mein Ziel 22 hat, die einen so vorstreben und dass es nicht immer so einfach ist, sich da zu priorisieren und die Zeit zu finden. Aber mit einer guten Struktur, denke ich, passt das schon. Und ja, dann freuen wir uns, euch alle wiederzusehen in genau einem Monat, Ende April. Und dann schauen wir mal, wo wir da stehen. Und weil ich es vorhin in den allgemeinen Chat gepockt habe, Karl-Heinz hat uns irgendwie drei Minuten von diesen angekündigten 30 weggenommen. Das heißt, wir waren noch nicht ganz fertig und ich hatte den Eindruck, dass es in unserem Chat verloren gegangen ist. Aber ich kann die Einladung allen austauschen. Wir machen ein Dialogformat dreimal im Jahr in DigiCamp und jemand, der das Gefühl hat, er möchte laut werden mit seinem Ziel, kann sich jetzt beschließen, am 13. und 14. Juli dort eine Session einzugeben. Und das sage ich einfach so, obwohl ich überhaupt nicht weiß, welche Ziele ich habe, weil ich sicher bin, das hat irgendwas mit der digitalen Transformation eines erhabenen Systems zu tun. Und in der Kleingruppe waren wir schon so weit, weil Peter an Ökosystemen arbeitet und einer meiner Mitgliedskunden mit in der Gruppe war, wo ich für den Eindruck habe, wir arbeiten ohnehin schon so nah beieinander. Und deswegen kam das spontan zustande. Und so ist es, wenn man so Systeme dazu bringt, dass sie sowas anbieten, gibt es kein Zurück mehr. Von daher nutzt die Chance und macht es laut. Ja, sehr schön. Ja, und dann ein ganz herzliches Danke an das Orga-Team, was auch diesen zweiten Box oder diesen ersten Boxenstopp organisiert hat. Danke euch. Danke euch. Habt eine gute Woche. Danke. Tschüss. 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 Tschüss zusammen. Tschau. Tschau. Vielen Dank. Tschau. Tschüss.